Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Alex Hürzeler. Schön, der Sommer ist hier. Und selbstverständlich gehören zwischendurch auch ein paar Tropfen und Abkühlungen dazu. Bei diesen sommerlichen Temperaturen zieht es uns alle ins Freie. Es ist verlockend, mehr Zeit draussen zu verbringen. Irgendwo in unserem schönen Argovia-Land. Ohne Krawatten und oft eben auch sogar mit kurzen Hosen. Und dabei erinnern wir uns immer wieder, auch ich als Sportdirektor und 10 Kilo zu viel um den Bauch, wieder an die guten Neujahrsvorsätze, ein bisschen mehr Sport zu treiben, etwas für die eigene Gesundheit und für die Fitness zu tun. Und einige von diesen aktiven Freizeitsportlern, die das eben machen, stellen sich in diesem Jahr in einer ganz besonderen sportlichen Herausforderung. Und sie sind zurzeit im intensiven Training für den Gigathlon Switzerland, die genau in einem Monat am 11. Juli zum ersten Mal im Kanton Aargau stattfindet, und zwar mit dem Zentralort Aarau. Der Gigathlon ist eine der grössten Sportveranstaltungen der Schweiz und ein Höhepunkt von unserem Aargauer Sportsommer. Dabei ist das Gigathlon ja nicht etwa nur ein Sport, nein, das sind gerade fünf. Allein oder im Team werden die Gigathletinnen und Gigathleten alle Bezirke entlang von unseren geschichtsrechtlichen Schlössern, Klöster und Landschaften schwimmend, rollend und laufend zurücklegen. Für die wenigsten steht effektiv der Sieg im Vordergrund, sondern das Polisportive, Abenteuer und das gemeinsame Erlebnis, das ist Strumpf. Und ganz toll finde ich in diesem Zusammenhang das Engagement der Stadt Aarau, nicht nur für die Organisation, sondern jetzt auch im Vorfeld. Morgen Freitag wird ein Kids Gigathlon organisiert. Dabei können alle Aarauer Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Sportarten sich messen und gemeinsam eben das Abenteuer Gigathlon erleben. Am Samstag ist dann der Altstadtlauf, das erste Mal seit 17 Jahren wieder und am Sonntag folgt noch eine Genusswanderung für die ganze Familie in und rund um Aarau. Super Sache, Aarau. Ich wünsche allen viel Spass und natürlich das beste Sommerwetter. Der Regierungsrat Alex Hürzeler, exklusiv bei Radio Agrovia.